Hallo, herzlich willkommen zum Grundlagenvideo mobiles Dokumentenmanagement mit der Bitfarm Archiv App. Ich freue mich, Ihnen als Anwender hier einen Überblick über die grundlegenden Funktionen unseres mobilen Clients geben zu können. Wie auch in unseren anderen Videoreihen bauen die Videos zur Mobile App inhaltlich aufeinander auf. Ich empfehle Ihnen, diese in der angezeigten Reihenfolge als Playlist anzuschauen. Falls Sie sich nur für ein bestimmtes Thema interessieren, können Sie natürlich auch einzelne Videos direkt auswählen. Bei Bitfarm Archiv bildet das Viewer Programm oder kurz Viewer das zentrale Werkzeug zum Arbeiten im DMS. Modernes Dokumentenmanagement, umfasst jedoch auch das Arbeiten aus der Ferne sowie plattformunabhängiges Arbeiten innerhalb Ihres Betriebs. Deshalb stellen wir den Bitfarm Client neben Windows auch für iOS und Android auf Tablets und Smartphones sowie für gängige Browser zur Verfügung. Die Mobile App ist außerdem für schmalbandige Verbindungen optimiert. Sie bietet daher jederzeit und überall einen schnellen Zugriff auf Ihr Bitfarm DMS. Nach dem Öffnen der App werden Sie dazu aufgefordert, sich mit Ihrem Benutzername und Passwort anzumelden. Beide sind identisch mit den Anmeldedaten für den Windows Client. Nach einem erfolgreichen Login wird die Standardsuche angezeigt, welche gleichzeitig die Hauptmaske der App darstellt und sich in den Funktionen nur wenig vom Windows Client unterscheidet. Wir können unter anderem eine Volltextsuche durchführen oder nach Zusatzfeldern, Datum oder Benutzer recherchieren. Die Suche wird stets in dem ausgewählten Archiv oder Lager ausgeführt. Im unteren Bereich der Hauptmaske wird das ausgewählte Lager und Archiv angezeigt. Über die globale Titelleiste können wir jederzeit den aktuellen Verbindungsstatus der App einsehen. Verschiedene Farben zeigen den jeweiligen Zustand. Bei einer grünen Titelleiste sind wir erfolgreich eingeloggt und verbunden. Anderenfalls leuchtet die Leiste in einem roten Farbton. Sind neue Wiedervorlagen vorhanden, die zu bearbeiten sind, so wird dies mit der Farbe Lila signalisiert. Bei laufenden Hintergrundaktivitäten zeigt die Leiste abwechselnd einen grünen und orangenen Farbton. Möglicherweise reagiert die App dann für einen kurzen Zeitraum langsamer, als man es gewohnt ist. Standardmäßig ist nach dem ersten Login die Wurzel des Archivbaums ausgewählt, welche alle darunterliegenden Lager und Archive umfasst. Möchten wir die Auswahl ändern, müssen wir dafür den Archivbaum öffnen. Dazu tippen wir auf den Menübutton, sodass die Seitenleiste eingeblendet wird. Im Anschluss wählen wir den Archivbaum aus und können nun das Lager oder Archiv bestätigen, in dem die Suche ausgeführt werden soll. Durch Tippen auf das entsprechende Symbol werden die Lager erweitert oder zusammengefasst. Ein erneutes Tippen auf das gewünschte Lager oder Archiv führt uns automatisch wieder zur Hauptmaske, wodurch die Auswahl auch bestätigt wird. Wir führen hier einmal beispielhaft eine Lehrsuche aus, sodass uns alle Dokumente chronologisch angezeigt werden. Durch Tippen gelangen wir in die Dokumentenansicht. Die Suchfunktion und Dokumentenansicht werde ich im Detail in einem separaten Video noch genauer erläutern. Die Seitenleiste enthält neben dem Archivbaum auch noch viele weitere nützliche Tools, welche die Arbeit im DMS erleichtern. Die Leiste ist generell unterteilt in Schnellsuche, Navigation und Funktionsbereich. Die Schnellsuche ermöglicht eine Volltextsuche ohne weitere Parameter. Sie wird in dem selektierten Archiv ausgeführt. Innerhalb der Navigation stehen uns zentrale Werkzeuge wie beispielsweise der Archivbaum oder der Importer zur Verfügung. Die Trefferliste passt sich dynamisch zu den Wiedervorlagen, Lesezeichen oder Suchergebnissen an. Diese und weitere werden wir in einem separaten Video genauer behandeln. Im Funktionsbereich können wir das Layout der App je nach Bedarf vergrößern oder verkleinern. Ebenso kann unter anderem per Schnellzugriff das letzte Dokument aufgerufen oder die App beendet werden. Die Bedienung der Applikation erfolgt durch Gesten, wie man es auch von anderen Smartphone-Apps kennt. Neben der üblichen Touchbedienung sind auch spezielle Gesten möglich, um schneller zwischen verschiedenen Ansichten wechseln zu können. Zwischen allen Ansichten, die auf einer Zeile liegen, kann via Rechts-Links-Wischgeste vor und zurück navigiert werden. Um zwischen den Zeilen springen zu können, beispielsweise von der Suche zur Abwesenheit, muss das Navigationsmenü benutzt werden. Die Dokumentenansicht enthält einen optionalen Infocontainer, mit dem beispielsweise Wiedervorlagen oder Statusfelder bearbeitet werden können. Dieser Container wird durch eine Links-Wischgeste eingeblendet. Wir sind damit am Ende des Grundlagenvideos angelangt. In den Folgevideos unseres Kanals gehen wir weiter in die Tiefe und auf Details ein. Zunächst einmal herzlichen Dank fürs Zusehen und Ihre Aufmerksamkeit.